Kreuzzugsgebet 11 Verhinderung des Hasses auf die Seher O heiligstes Herz Jesu, bitte verhindere den Hass und den Neid, der in diesen Zeiten unter deinen Anhängern gegenüber deinen wahren Sehern vorhanden ist. Ich bete, dass du mein Gebet erhören wirst, deinen Sehern die Stärke zu geben, welche sie benötigen, um meiner ungläubigen Welt dein heiligstes Wort öffentlich zu verkünden. Amen.